Was geht Leute? Wiese wieder zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft Wir waren hier gerade ein bisschen am sortieren Als das Spiel sich dachte bzw. der Timer sich dachte Nee, wir unterbrechen das jetzt mal Du musst jetzt eben die Aufnahme unterbrechen Meine Fresse, Alter Halbbarkeit 1, Halbbarkeit 3 Du bist Dornen Junge, leg doch ab, die Kacke Wallah Schärfe Und du geh weg 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 Dornen Ich sagte ablegen Wallah Machen wir noch was mit Dornen hier Halbbarkeit 3 Lobauf Federfall Rückstoß 2 ist das höchste Rückstoß 2 Und da mit der Kacke Wunder Runder Runder. Runder. Dornen. Federfahre. Ich sagte ablegen. Meine Güte. Rückstoß. Schu- Schutz. 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 Ähm. Berutsamkeit. Endlichkeit. Das ist gut für einen Bogen. Explosionsschutz. Nochmal Explosionsschutz. Schusssicher. Nehmen Sie es der Gliederfüße. Schusssicher. Kraft. Schnellladen. Kraft. Wasseraffinität. Wasserläufer. Wasser. Wasserläufer. Wasseraffinität. Wasseraffinität. Kraft. Da mit hin. Berutsamkeit. I don't know wo ich noch hin packen soll. Nemesis der Gliederfüße. Wasser. Du warst durchbohren. Genau. Geht das noch höher? Ne. Ist auch schon das höchste. Okay. Muss das jetzt grad dunkel werden, wenn ich hier, ähm, machen bin? Scheißspiel. Ach, HyperCard war das höchste HyperCard 3. Och, Digga. Geh mir nicht auf den Sack, Digga. Nee. Ich kann's durchmachen. Och, Digga. Spiel. Ja, los, schneller. Durch die Menüs hier. Komm. Jalla. Oh, jetzt muss ich vielleicht in mein Bett aufstellen. Oh, mein Gott. Geht mir noch nie auf den Sack, wenn ich da am machen bin. Och, ich hasse das. Schärfe. Der Ordnung. Federfall. Ist das eh das höchste? Dornen, Dornen, Dornen. Zack. Da immer ein bisschen hier Dornen und so. Rückstoß 2 ist das höchste. Schutz. Explosionsschutz. Zack. Aber ein bisschen zu reduzieren. Ist ja furchtbar. Man kann wohl ja theoretisch... Warte, ich google jetzt einfach nochmal, was das höchste ist. Äh... Einmal den hier. So. Zack. Ja komm, Handy. Heute noch. Oh, hör auf rumzubacken, Handy. Flüssig bitte laufen bei sowas. Danke. Okay. Folge, Trivia, Geschichte, Digga. Oh, Junge. Jetzt bleibt der Werbung, dass man nicht sehen kann. Ja moin, Digga. Weg. Hallo. Hallo. Oh. 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 Federvall, brauchten wir, ne, genau. Junge, wo kommt das denn jetzt hier, Alter? Der will mich grad verarschen. Hoch, komm, jalla. Wie er nicht alles anzeigt, will er mich grad verarschen? Federvall, Federvall, ist das höchste. Ich brauch erst mal ein paar Level, sonst wird das nix. Vor der Reparatur, ich muss mich halt echt bald Zeit mehr um Villager kümmern. Sonst wird das nix. Könntet ihr mal bitte ein bisschen Hackengas geben hier? Dafür wäre ich euch sehr dankbar. Was? Ich geh mir jetzt einfach mal schon mal mein Dings holen. Komm, Sprinten, jalla. Hoch da. Ich geh mir jetzt mal. Dann machen sie Dia-Schuhe, äh, fertig. Hier kommen heut noch Lauf. Wegparken. So, du hast Schutz. War Schutz das höchste? Ohne Effizienz. Ohne Effizienz. Das war das höchste, ja. Ja, geil. Ich brauche einen dringend Villager, also für Reparatur. Ach so. Ich will noch was essen. Hä? Was ist denn los da unten? So, wie viel Level würde uns das denn kosten, wenn wir da noch Dings drauf haben wollen? Einbarkeit. Vier Level. So. Und einmal. Federfall. Was willst du dafür haben? Sieben. Sieben Level. Okay. Das erfahren wir uns, würde ich mal fix, würde ich sagen. Dann müsste ich halt noch theoretisch drauf Feuerschutz... Obwohl, man kann nur Schutz um. Und noch Dorn müsste ich noch drauf machen. So. Jetzt macht mal hin hier. Nicht ewig Zeit. Oh Mann, ey. Ich, wenn ich... Ja, ich würde mich aktuell anfangen. Das Minister tut mir immer wieder. Ich möchte mich mal auf. Ich meine, ich mache mich mal auf jeden Fall. Ich komme auf jeden Fall. Also mache ich mich mehr Sinn. Ich habe michmate wieder. Ich kann ihnen nicht eine kleine Zeit für mich. Ich mache dich spraw spraw. Ich mache mich jetzt nicht mit mir. Ich mache mich wieder eine bestimmte Zeit. Spannste Folge EU-West. Das gehört leider zum Spiel dazu. Digga, schneller! Oh, Junge. Du kannst hier schneller Kohle fahren gehen, Alter. Ganz ehrlich. Ich raste raus hier, ey. Was ist das für eine gammelige Mobfarm, die er da gebaut hat? Sorry, aber... Digga. Also. Ach, die Mobfarm, ey. Oh, du bist so'n gammeligen Boden. Oh my god. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020